Bei Corporate Governance verbinden wir die Grundlagen der Unternehmensführung wie Compliance, Risikomanagement, Datenschutz und das interne Kontrollsystem. Ziel ist dabei immer eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung, um Vertrauen und Stabilität für alle unsere Stakeholder zu gewährleisten. Werte und Unternehmenskultur sind wichtiger denn je. Sie entscheiden mit darüber, ob Menschen sich mit dem Unternehmen verbunden fühlen und gern bei uns oder auch mit uns zusammenarbeiten. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ein städtisches Wohnungsbauunternehmen sind, tragen wir auch besondere gesellschaftspolitische Verantwortung. Eine komplexe Welt, in der alles miteinander verbunden ist, schafft komplexe Risiken. Deshalb monitoren wir laufen, prüfen und bewerten neu und entwickeln letztendlich unsere Bewertungssysteme laufend weiter. Unser Risikomanagement schafft den stabilen Rahmen der Innovationen ermöglicht. Und es ist auf der Höhe der Zeit. Aktuelle Entwicklungen beobachten wir laufend. Klimawandel, Diversity und Digitalisierung denken wir mit. Mit Unternehmensriegs吗 Betriebsger timely